Ja, liebe Leute, ich begrüße euch zu diesem sozusagen Special. Deswegen Special, weil sich es weder zur Morphologie noch zur Syntax zuordnen lässt, sondern es genau die Frage nach dem Unterschied zwischen Morphologie und Syntax adressiert, nämlich die Frage, haben wir es denn mit einem Adverb oder mit einer Adverbiale zu tun? Beziehungsweise mit der Frage, was ist genau ein Adverb und was genau ist eine Adverbiale und warum fällt es uns manchmal so schwer, das zu unterscheiden? Dieses Video sozusagen als Warnung vorab wird über den Stoff des Einführungskurses hinausgehen, aber eine Frage behandeln, die sich viele, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Einführungskurses wahrscheinlich schon gestellt haben und möglicherweise auch in einer Klausuraufgabe oder einer möglichen Klausuraufgabe falsch beantwortet haben. Und deshalb möchte ich das Ganze hier nochmal sozusagen auftröseln und am Ende hoffentlich verständlich machen, was genau ist ein Adverb und was genau ist eine Adverbiale. Also wir haben folgende Frage, die uns jemand stellt, möglicherweise weil er uns in einer Klausur dazu zwingt, die zu beantworten. Um welche Wortart handelt es sich? Beispielsweise in diesem Satz aus der Zeit, die der Meinung ist, bei der Verpflichtung neuer Spieler muss Werder kreativ vorgehen. Und wir sollen also hier kreativ irgendwie bestimmen als Wortart und wenn man da so drüber nachdenkt, könnte man auf die Idee kommen, naja, dieses Kreativ bestimmt ja irgendwie das Verb näher oder die verbale Handlung des Satzes, also muss es ein Adverb sein. Also muss es ein Adverb sein. Und das ist die Stelle, wo die deutsche Grammatik eine ihrer Tücken aufweist, denn wir müssen immer beachten, bei der Wortartenbestimmung geht es in der klassischen Grammatik, Ausrufezeichen, Klammer zu, um die Frage morphologischer Merkmal. Das heißt, um es mal vorweg schon zu beantworten, Adverbien als Wortart sind eine Wortart, die zu denjenigen gehören, die nicht flektierbar sind. Kreativ hier ist aber flektierbar. Aber, und damit hat die junge Dame hier schon recht, dennoch geht es hier irgendwie ja um die prädikative Semantik des Satzes, die hier näher bestimmt wird durch so eine Ergänzung, also kreativ. Ja, und dieses Problem können wir, wenn wir gerade aus dem Fremdsprachenunterricht in der Schule eben genau das gelernt haben, das Adverb bezieht sich immer auf das Verb, relativ schwierig nur beantworten. Und es bleibt uns deshalb vielleicht öfters unklar, warum wir es denn hier, wenn dann jemand die Lösung vorgibt, doch mit dem Adjektiv zu tun haben und nicht mit dem Adverb bei der Wortartenbestimmung. Naja, dann machen wir das mal so, wie das Linguistinnen häufig tun, wir vergleichen mal Sprache. Wir nehmen mal das Beispiel, ja, laut, beziehungsweise der laute Hund und schauen uns das in verschiedenen Sprachen an und in verschiedenen Verwendungen, nämlich zum einen Attributiv, zum anderen Prädikativ und zum dritten eben Adverbial. Und wenn wir uns das beim Englischen angucken, dann haben wir da the loud dog, the dog is loud und in der Adverbialen Verwendung the dog barks loudly. Ja, nochmal zur Wiederholung. Attributiv, das Attribut als Satzglied Bestandteil bestimmt ein Bezugswort näher, ein nominals Bezugsglied näher. Prädikativ, das ist also eine Verwendung sozusagen, wo dieses, ja, dieses Wort selbst Bestandteil des Prädikatsrahmens ist und Adverbial, das ist eine nähere Bestimmung der Handlung. Wenn wir uns das im Russischen angucken, dann haben wir da für die Attributive Verwendung Gromkaja Sabaka, Prädikativ Sabaka Gromkaja, da habe ich nichts vergessen für diejenigen, die kein Russisch gelernt haben. Im Russischen gibt es das Substanzverb Sein nicht. Insofern könnte man sich hier fragen, ist denn hier die Attributive und Prädikative Verwendung überhaupt noch auseinanderzunehmen. Die Frage sei jetzt erstmal dahingestellt. Adverbial haben wir hier den Satz Sabaka Gromka Laet. Wir sind im Italienischen. Ich hoffe, hier ist für jeden Mal was dabei, wo man sich selbst wiederfindet. Dort haben wir in der Attributiven Verwendung Il Cane Rumoroso. Also hier ist das Attribut nachgestellt. Das haben wir im Deutschen gegenwärtssprachlich so gut wie nicht mehr. In romanischen Sprachen haben wir das ganz häufig. Sodass wir also hier, um auf den prädikativen Gebrauch zu kommen, auch nur das Verb Sein dazwischen setzen müssen. Also Il Cane Rumoroso. Adverbial haben wir hier aber schon eine deutliche Veränderung. Nämlich Il Cane Abaya Rumorosamente. Dort haben wir schon eine relativ deutliche morphologische Markierung an diesem Wort, das vorher noch einfach Rumoroso heißt, um hier die adverbiale Verwendung zu kennzeichnen. Schauen wir uns das mal noch für das Schwedische an. Dort würde man sagen, den Höggüder Hünden. Prädikativ Hünden erhöggüt. Hier zeigt sich ein Merkmal der Adjektivdeklination, unter anderem im Schwedischen, aber auch im Deutschen. Wir haben es also hier mit einer schwachen, sogenannten schwachen Adjektivflexionsform zu tun, bei Höggüder. Und Höggüt wäre dann, ja, auch keine starke, sondern eher eine endungslose Form. Daher dieser Unterschied, aber was dann im Gegensatz dazu deutlich markiert ist, ist der adverbiale Gebrauch Hündenchöller, Höggüt. Ja, und wie ist es denn nun im Deutschen? Im Deutschen haben wir, ja, der laute Hund. Dann haben wir, der Hund ist laut. Und wir haben adverbial, der Hund bellt laut. Wenn wir jetzt mal diese ganzen Qualitativa hier markieren und letztendlich extrahieren, dann wird, glaube ich, das Problem schon deutlich. Noch deutlicher wird es, wenn wir das hier zusammenfassen und uns anschauen, wo denn in welcher Sprache welche Form verwendet wird. Wenn wir jetzt also mal noch für das Schwedische und für das Deutsche diesen Aspekt der starken und schwachen Adjektivflexion erstmal suspendieren, der für unsere Frage nachrangig ist, haben wir also letzten Endes dieses Spektrum. Wir haben also in allen Sprachen, die wir uns vorher angeguckt haben, Englisch, Russisch, Italienisch, Schwedisch, eine morphologisch markierte Form dieses Wortes laut bei adverbialem Gebrauch. Nur im Deutschen sieht das irgendwie ganz komisch aus. Dort haben wir für das Adverb eigentlich dieselbe Form wie für den prädikativen Gebrauch und letzten Endes sogar dieselbe Form, wenn wir jetzt mal von dieser Markierung als schwaches Adjektiv absehen, wie bei attributiven Gebrauch. Also, wir haben es hier offensichtlich mit dem Phänomen zu tun, das im Deutschen schwieriger zu verstehen ist als in anderen Sprachen. Aber was hier, denke ich mal, deutlich dran wird, ist, warum Fremdsprachenlernerinnen euch im Schulunterricht immer beigebracht haben, naja, Adverb ist alles, was sich aufs Verb bezieht. Weil es in ihrer Sprache, die sie vermitteln, egal ist. Ja, weil also dort immer, wenn sich ein Wort oder ein Satzglied syntaktisch auf das Verb bezieht, diese Form markiert ist. Diese Form Adverbial markiert ist. Das haben wir in allen Sprachen hier, die wir uns angeguckt haben, haben wir sozusagen morphologisch eine abgrenzende Markierung zum attributiven, prädikativen Gebrauch. Nur im Deutschen sieht das anders aus. Warum ist das so? und wenn Linguistinnen die Frage, warum stellen, stellen sie sich häufig oder sollten sie sich zumindest häufig die Sprache nach der Sprachgeschichte stellen. Und genau das tun wir. Wir schauen uns also diesen Unterschied zwischen Syntax und Wortart, also zwischen syntaktischer Funktion und morphologischer Markierung an, wie er denn im Deutschen sprachhistorisch aussieht. Im Althochdeutschen, also in der frühesten, belegten Stufe des Deutschen von Mitte des 8. bis Mitte des 11. Jahrhunderts, können wir in den Texten, die wir da haben, es sind nicht wirklich viele, aber wir haben welche, eigentlich noch relativ gut sehen, dass wir so eine Art horizontale Gliederung haben. Auf der einen Seite Attribut und Prädikativum, also diese syntaktischen Funktionen, die häufiger oder die üblicherweise von einem Adjektiv ausgefüllt werden und auf der anderen Seite eine adverbative Funktion beziehungsweise Wortart. Und hier fällt also die syntaktische Funktion mit der Wortart noch zusammen. Deutlicher wird das vielleicht, wenn wir uns die Beispiele angucken, also Lang und Lango, Herd und Harter, Festi und Fasto, Skoni und Skone und dann Gurt und Wola. Da haben wir sogar was, was da überhaupt nicht dazu gehören scheint. Also wenn wir hier das doch irgendwie als zusammengehörig betrachten wollen, müssen wir sagen, ja das ist ein sogenanntes subletives Paradigma, wo sich also eine etymologisch fremde Form dazu gesellt hat, das wäre dieses Wola. Aber was wir hier definitiv noch sehen können, wir haben einen morphologischen und teilweise sogar lexikalischen Unterschied zwischen Adjektiv und Adverb. Das heißt, an Stellen im Satz, wo syntaktisch es einfach um eine Attribuierung geht, oder um ein Prädikat geht, haben wir ganz dezidiert diese adjektivische Form, während an Stellen im Satz, wo es darum geht, etwas syntaktisch näher zu bestimmen, wir diese Adverb-Form noch haben. Und das erkennen wir schon in den, wenn wir die Ausnahme jetzt mal an der vierten Stelle da weglassen, bei den ersten vier Beispielen schon an der Endung, wir haben nämlich hier diese offensichtlich Adverb-Endung O beziehungsweise E. Dann passiert aber etwas, dass wir in der Sprachgeschichte die Nebensilben-Tonabschwächung nennen, nämlich genau solche unbetonten Nebensilben, wie diese Endungen O und E, die eben nicht betont sind, die werden abgebaut, abgeschwächt zum sogenannten Murmelvokalschwa und letzten Endes sehr häufig apokorpiert, das heißt, sie fallen ganz weg. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, die in die Richtung geht, dass also die Formen vom adiputiv-prädikativen Gebrauch einerseits und vom adverbativen Gebrauch zusammenfallen. Vieles, was noch problematisch ist, zum Beispiel wenn wir Umlaute haben, das wird noch ausgeglichen durch Analogiebildung etc. Letztendes haben wir eine Entwicklung, die dahin geht, dass sich die Frage der syntaktischen Funktion nicht mehr streng gekoppelt an die der Wortart betrachten lässt. Das heißt, wir haben im Neuhochdeutschen hin eine Verschiebung sozusagen von dieser ursprünglich horizontalen Gliederung hin zu einer vertikalen Gliederung, nämlich Unterscheidung zwischen syntaktischer Funktion und Wortart soll heißen, wir verwenden nicht mehr nur die Wortart Adverb für Adverbiale, also für Adverbialbestimmungen und wir verwenden zum Beispiel das Adjektiv nicht mehr nur ausschließlich Attributiv oder Prädikativ. Das soll uns jetzt aber nicht erschüttern sondern nach den Merkmalen der Wortarten Klassifikation ist das trotzdem ja noch relativ eingängig. Wir müssen nur und das ist das was wir aus all dem gelernt haben uns merken es gibt einen Unterschied zwischen syntaktischer Funktion syntaktischer Rolle also wenn wir es mal Satzglied werden der durchaus Adverb heißen kann und eben der Wortart die anhand von morphologischen Kriterien klassifiziert werden soll. Wenn Sie sich jetzt fragen ob man diese Klassifikation dann als wirklich so praktisch bezeichnen kann fragen Sie sich das bitte weiter Sie sind mit der Frage auf einem aus meiner Sicht guten Weg wenn jetzt einfach nur die Frage ist ja wie kann ich denn das in der Klausur sehen hier nochmal zusammengefasst also die Aufgabe lautet bestimmen Sie und da müssen wir schauen was sollen wir bestimmen wenn wir die Wortart bestimmen sollen müssen wir uns die Frage stellen ist das Ding effektierbar oder nicht das ist nämlich das entscheidende übergeordnete Kriterium bei der Wortartenbestimmung wenn das Wort flektierbar ist dann haben wir es mit dem Adjektiv zu tun wenn das fragliche Wort nicht flektierbar ist haben wir es mit dem Adverb zu tun in solchen Fällen natürlich wo wir uns diese Frage stellen ist natürlich also jetzt von der Logik her so dass es noch andere Wortarten gibt aber wenn wir genau solche Wörter haben bei denen wir uns fragen ist denn das ein Adjektiv oder Adverb ist die entscheidende Frage jene der Flexion wenn es darum geht die syntaktische Funktion zu bestimmen dann ist die entscheidende Frage ist denn das Ding ein Satzglied und wenn es ein Satzglied ist ein eigenes Satzglied dann müssen wir uns anschauen was macht das Ding genau bestimmt es das Prädikat näher dann ist es eine Adverbial Bestimmung die ist dann auch weglasbar syntaktisch gesehen oder wenn sie ein Satzglied ist kann sie auch selbst Teil des Prädikats sein dann ist es ein Prädikativum wir haben uns das ja schon auch bei den Satzgliedern angeschaut wenn es kein Satzglied ist sondern nur ein Satzglied Teil dann haben wir es mit dem Attribut zu tun also einer Ergänzung die sich auf ein Bezugswort bezieht dieses Bezugswort näher klassifiziert die auch ja weglasbar ist und die keinen eigenen Satzglied wert hat wichtig ist nur noch mal an der Stelle zu sagen das Adverb als Wortart als morphologische Kategorie ist etwas anderes als die Adverbiale als syntaktische Funktion und speziell im Deutschen gilt wie wir gesehen haben auch ein Adverb ist nicht immer eine Adverbiale und andersrum also um unsere Studierende vom Anfang dann noch mal aufzugreifen sie hat jetzt im Prinzip auch dieses Video verfolgt und weiß jetzt ich muss wenn es darum geht die Wortart zu klassifizieren und das ist eben die Frage bei der dieser Fehler häufig auftritt dann erschauen flektierbar oder nicht und nicht nach irgendeiner syntaktischen Funktion oder so sondern wenn ich sagen kann es ist flektierbar dann haben wir es zu tun mit einem Adjektiv damit hoffe ich diese Fragestellung für diejenigen die sie sich gestellt haben im Hinblick auf die Klausurvorbereitung etwas klarer gemacht zu haben für diejenigen die sich tiefer gehen dafür interessieren hoffe ich das nicht allzu holzschnittartig gemacht zu haben beziehungsweise ja auch zum Nachdenken vielleicht ein Stück weit angeregt zu haben wenn es Fragen gibt nutzt und nutzen sie gern den Kommentarbereich ich bin dafür das Feedback dankbar hoffe sozusagen ein Stück weit damit auch ja das Interesse an einer vergleichenden und historischen Linguistik bei dem einen oder der anderen ein Stück weit geweckt zu haben und bedanke mich mit hin für die Aufmerksamkeit geliebt geliebt lütsig fahig lütsig